Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind ja auf einer anderen Insel jetzt gerade dabei, eine neue Base zu errichten, eine neue Burg. Etwas, um mehr Platz zu haben für die Saurier und natürlich auch durch den Bau zu leveln. So, was macht mein kleiner Gekko da oben? Jugendlich. Aber ich glaube, dem drücke ich nochmal ein Fläschchen in den Hals. Der soll ja gelingen hier, der kleine Scheißer. So, Erstellung. Fläschchen, einmal Ziehmermaterial. Komm her hier, Fläschchen. Kriegt er eine Flasche, frisch gepresstes. Nee, hier hätte ich auch abbiegen können. Ich verlaufe mich schon in meiner eigenen Burg. Einmal hier durchs Gästezimmer. Lauf, 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 lauf. Man muss hier echt schon langsam in Ebenen denken. So, Inventar öffnen. Und dann gibt es ein Flaschi. So, ich weiß nicht. Kannst du dir reinhauen. In einer Stunde will er wieder Zuwendung haben. Na, das wollen wir doch mal abwarten. Das kriegen wir bestimmt hin. Das wäre dann... Ja, hätte ich ein bisschen eher anfangen sollen, hier zu daddeln. Aber gut. Tak, 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 tak. Äh. Wie viel Level habe ich denn eigentlich schon? 91. Ich habe ein Schnurrbart. 91 und etwas. Pass mal auf, ich... Das mit dem Schnurrbart, das ist mir sowas von... Zuwider. Haarlänge, Bart. Sssst. So. Lockiger Bart. Annehm. Ich will keinen Bart. So. Und, äh... Wie sieht das mit den Haaren aus? Kopfbehaarung. Ja, lassen wir. Aber das mit dem Bart ist widerlich. Nee, hör auf, ey. Lieber widerlich als wieder nicht, ne? Egal. Zack, zack. Den Kram packen wir hier mal rein. Wie sieht das denn hier mit Narkosebärchen aus? Da gibt es schon ordentlich was. Das Problem ist, ich habe die Bench nicht neu gesetzt. Also gibt es hier erst mal gar nichts. So. Nanananana. Was ich mal machen kann... Nee, bin ich zu schwer für. Das müssen wir später machen. Aber die Narkosebär nehme ich mit und ganz viel Fleisch. Und dann können wir auf der anderen Seite nämlich mal... Achso, die Schere lasse ich hier. Und dann können wir nämlich auf der anderen Seite schon mal ein bisschen was herstellen. Ja, ich würde sagen, wir bleiben gleich hier drin. Teleportieren uns rüber. Last remote. Das müsste ja auf der anderen Insel sein. Hopp. Und sieh da. Achso. Nee, den brauche ich gar nicht. Draußen sind die Fackeln am Laufen. Sehr schön. Achso, ja, weil ich gerade so schön schwer bin. Weil ich so schwer beladen laufe. Dann will ich natürlich den Kram hier... ...natürlich gleich auch nochmal reinschmeißen. Kann ich das erstmal alles rübernehmen? Alles in die Dings ziehen. Die Bench neu setzen. Komm rein hier. Ja, schade, dass das defekt ist. Oder die Mod, dass die da den Bug hat. Dass sie dann nicht funktional ist. Ansonsten wäre das echt super hier, das Teil. Trotzdem mag ich sie. Trotzdem nutze ich sie. Fünf. Also wer den Server laufen lässt, glaube ich, ist kein Problem dann in dem Moment. Wenn jemand einen Online-Server hat bei Nitrado oder einem anderen Provider, kann man, glaube ich, die Bench super nutzen. Und solange der Server nicht nachts durchstartet, kann man sich ein- und ausloggen. Und dann bleibt das Ganze erstmal erhalten. So, weiter geht's. Jetzt muss natürlich das ganze Gedöns hier raus. Den nehmen wir mal mit. Die Narkosebärchen auch. Und das gammelige Fleisch. So, das drücken wir jetzt hier einmal ins Inventar. Und stellen natürlich hier Konsumgüter her und sagen, feuerfrei für das gute Zeug, ne? So. Mal gucken, was können wir denn hier mal so mitnehmen. Zack. Zack. Wobei, das können wir hier drin lassen. Damit können wir nichts bauen. Elektronik brauchen wir auch noch nicht. Wir nehmen erstmal nur ein bisschen mit von dem, was wir halt zum Bauen brauchen. Das ist natürlich Metall und Stein. Was wir jetzt hier nicht haben. Kristall. Wir können mal... Fertig, warte mal. Kristall nehmen wir natürlich auch mit. Das brauchen wir für Glas. Ansonsten holen wir uns hier mal Öl aus der Pumpe. Keine Pumpe. Ich hab doch die Ölpumpe hier gesetzt, oder nicht? Na, wir gucken gleich mal. Ich hab doch die Pumpis da draußen. Da. Pumpen sie kräftig vor sich hin. Hab ich hier kein Öl? Da runterladen. Öl. Hä? Hab ich die Ölpumpe nicht mitgenommen. Aber Steine doch, ne? Steinpumpe. Guck. Ja. Ja. Metall. Metal. Hm. So, und ich hatte gestern noch eine Idee. Also ich, ähm... Finde das ganz toll, was ich mir hier gebaut hab. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Es ist einfach nur so, dass ich so ein gottverfluchter Perfektionist bin. Die ist heiß. Und ich einfach, ähm, unbedingt hier keine Schräge haben will. Was dann auch bedeutet, dass ich das hier erstmal alles wieder abbauen will. Das hat zwar den Nachteil, dass nachher nicht mehr alles aus einem Guss besteht. Aber ich, ähm, würde dennoch gerne das absolut genau parallel ausrichten wollen. Da bin ich leider wirklich Perfektionist. Das geht aber. Also ich meine, das, äh... Ich muss dann halt in zwei Abschnitten bauen. Hier natürlich auch. So, das hier lasse ich aber, weil das ja Bestandteil der oberen, ja, Burghälfte ist. Und das macht sich eigentlich hier auch ganz gut, wie ich finde. Ja, passt. So, und wie kriegt man jetzt den Kram hier zu ebener Erde hin? Inventory. Jetzt nehme ich mir erstmal die eingesammelten Foundations, die ich hier... Achso, das sind die, das sind tatsächlich schon die großen gewesen. Fünf, so. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Wenn ich die hier hinsetze. Oder ein bisschen weiter rein. Aufheben. Dann ist das Ding hier richtig tief in der Erde drin. So, fünf. Wobei sich jetzt die Frage stellt, kommt das hier jetzt hin? Oder komme ich hier immer weiter raus? Ach, Fio, Mia. Inventory. Gib mir mal hier die Dinger. Halt, nicht. Vier. Hallo, du. Nein, ich tue dir nichts. Level vier. Nein. Harmlose Tiere dürfen hier auf der Insel leben. Das ist überhaupt kein Ding. Da möchte ich jetzt auch gar nicht den großen Schlachter raushängen lassen. Immerhin quält man keine Tiere unnötig. Das gehört sich nicht. So. Dann nehmen wir mal die sieben. Hier wäre sieben angebracht. Ja, und das Ganze bitte andersrum. Sieben. Schmale Seite nach außen. Gut. Dann haben wir die fünf. Und hier könnte ich ein Fenster setzen. Da haben wir ja noch ein Fenster, was asymmetrisch ist. Und dann sieht das sogar gut aus. Nö. Und das Ganze machen wir hier auch noch in Sandstone. Hallo. Gib mir hier nochmal das Glasfenster her. Hier gleich, wo wir schon mal dabei sind. Und daraus machen wir gleich das Crossed. Sieht nämlich hier auch sehr schön aus, wie ich finde. Hallo Schweinchen. Komm, ich tatsche dir mal auf den Hintern. Lauf! Lauf! Ne, nicht da rein. Auch nicht an die Fackel. Hast du dich schon wieder beruhigt, wenn du stehst drauf, wa? Gruselig. Gut. Dann schauen wir mal, was wir hier mit der Tür machen. Wo wir die am besten setzen. Die wäre hier tatsächlich auch gar nicht so verkehrt. Ich denke, wie fiel das wirklich? Ich sage ja, gruselig. Ja, und dann setzen wir hier. Dann schließen wir die Dinger hier wieder. Und machen hier eine Tür rein. Klopf, klopf. Auto-Close-Only, wie sich das gehört. Ja, und hier unten können wir dann irgendwas Feines bauen. Ich, ähm... Ich muss mal überlegen, wenn die Foundations aus der Remastered-Version nur halb so hoch sind, könnte ich hier eine ransetzen und dann hier im Boden weiter... Ja, ich könnte hier tatsächlich... Das probiere ich aus. Ich brauche mal zwei entspannte Foundations. Hallo, klopf, klopf. Guten Tag, ich hätte gerne zweimal Foundation zum Mitnehmen. Hier gibt es auch noch eine Fensterseite. Jawohl, 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 jawohl. Ja, wie gesagt, das ist, äh... Ich bin ein... Gottverdammter Perfektionist. Ich mag das nicht. Stehst du jetzt da? Was, wir verziehen, ja, ne? Dann ist gut, dann geh. Gehe hin in Frieden. Achso, apropos. So, dann nehmen wir nämlich jetzt mal eine von den Foundations. Setzen die da hin. Kann ich die noch tiefer setzen? Nee, kann ich nicht. Okay, brauche ich nicht. Wechseln zu, Fieldstone, nee, aufheben. Das ist schon ganz knuffig hier mit der Treppe. Das lassen wir noch. Ja, jetzt haben wir sozusagen den Keller hier unten geschlossen. Können wir hier noch durchgucken? Nee. War richtig, ne? Ist ein Grafik-Bug, okay. So. Dann kann ich die beiden Foundations da oben setzen. Und baue dann hier unten mit den Standard-Dingern weiter aus. Dann, äh, fünf. Da eine hin. Und da eine hin. Genau, wir werden das Ding hier gleich schließen. Und hier eine riesen Fläche machen. Und auf der Fläche können wir nachher ein Dino parken. Oder, oder, oder. Hier lässt sich so viel mitmachen. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Ich brauche Foundations, und zwar Standard-Foundations. Ich brauche hier Metall und Stein. So viel wie geht. Ähm, ja, dann, äh, ziehen wir das doch mal. Metall. Haben wir in der Pumpe 200, in der Giste 1016. Das sollte mir erst mal reichen. Und Steine. Kleine Steine. In der Box. Und in der Pumpe. Und ich nehme hiervon auch noch mal 2000. Transferieren wir einfach mal rüber. Herstellung. Strukturen. Foundations. Er könnte hier die Science-Fiction-Mod bauen. Das ist interessant. Aber ich möchte die Standard-Strukturen. Foundations. Herstellung. Foundation. Ich gebe das mal hier ein. Foundation. So, hier hat er sie. Er hat sie doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich gebe mal neun Stück. Ja, mit jeder Foundation steigt unser Level. Auch wenn sich das ein bisschen hinzieht. Ja, mit der Science-Fiction-Mod kann man sich natürlich auch noch mal auseinandersetzen. Die ist bestimmt auch ganz knuffig. Ich würde jedoch erst einmal beim mittelalterlichen Stil bleiben. Weil ich den einfach total toll finde. Total toll, Ted. So, was möchte ich? Ich möchte gerne hier eine Foundation haben. die wir dann hier in die Wand sozusagen setzen. Da wir dann hier nämlich nachher auch eine Wand ziehen. Und hier reingehen. Habe ich noch mehr davon? Ich habe noch mehr davon. Wie sieht das hier aus? Das passt hier nachher mit der Tür nicht so gut. Schade. Vielleicht kann ich nachher hier eine asymmetrische Tür setzen. Das kriegen wir schon. Sowas wie da. Mal gucken. Wie viel haben wir denn hier zwischen noch frei? Das sind jeweils 1, 2, 3 in der Reihe. 1, 2, 3, 4. Das wären 12, 13, 14. Genau. Wir wollen erst einmal Wände bauen. Habe ich noch Wände? Bei den Wänden war das. Hatte er die genau. Hatte ich nicht auch noch hier Wände irgendwie im Schrank? Komm her, hier. Ja, guck mal. Drei Stück. Die nehmen wir doch mal mit. Noch mehr Wände. Wie schon der Kanzler sagte, wir leben in einer Zeitenwende. Und wer die Rechtschreibung beherrscht, der weiß, dass ein Ä und ein E unterschiedlich sind. So. Fünf. Kategorie schlechte Wortspiele. So, komm. Ja, das war schon, war schon gar nicht schlecht da. Guck. Ah, du bist da draußen. Wie ist das hier mit Sandstone? Na, ich treffe das Ding noch. Er will nicht. Nichtsdestotrotz, wir ziehen hier einmal die Wand durch. Das ist natürlich jetzt eigentlich nur wegen des Sandstone. nur wegen des kleinen Pheomias da draußen. Nur wegen des kleinen Pheomias da draußen. Ich möchte den jetzt erstmal nicht hier bei mir im Hof spielen haben. So, und durch die, durch den Sandstein erhalten wir nämlich hier auch den hellen Hof wieder. Das sieht nämlich hier gar nicht so schlecht aus. Das Ding da hinten, das kriegen wir, wenn wir das nicht direkt mit der, ähm, nicht selbst anklicken können. Da gibt es nachher auch noch so einen Material Changer Gun aus dem Set. Die kann ich natürlich auch mal bauen. Dann können wir die Dinger nämlich auch aus der Ferne einfach mal umswitchen. Müssen uns da nicht so dran halten. So weit, so gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also hier brauchen wir nicht so viel. Ich mach das mal hier in Sandstein. Aber guck mal hier, der Hof hier, der wird auch schon groß genug. Da kann man doch schon mal den ein oder anderen Dino unterstellen. Und dann haben wir ja natürlich noch hier auf der anderen Seite ganz viel Platz. Da passt auch ein Giganotosaurus hin. Und hier oben kann man das Flugdeck drauf machen. Und da passt nachher auch der Vivern hin, der Adler, der Terranodon. Hier guckt der Schornstein raus. Den können wir natürlich auch noch umsetzen. Daran sollte es nicht scheitern. So, ich würde gerne das Ding hier einmal schließen. Was hatte ich gesagt? Hier noch einen in die Breite. Und dann schließen wir das Quadrat. Das heißt, wir haben hier eins, zwei, drei, neun und zehn. Und eine komplette Dreierreihe sind 13 Stück, die wir, glaube ich, bauen müssen. Ich hoffe, ich habe genügend Material da. Ein paar Strukturen, Foundations. Ja. 13 Stück. Guck, er baut jetzt 13 Foundations auf der Seite. Und hier bauen wir noch ein paar Foundations auf dieser Seite. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr genau, wo die Foundations sich jetzt hier verstecken. Aber hier finden wir den noch. Wir haben nur noch für zwei Material. Na gut. Dann nehmen wir erstmal, was wir kriegen können und importieren nachher von der anderen Insel Metall und Steine. Das mache ich dann aber mit einem Flugsaurier oder mit dem Adler. So, dann gehen wir hier mal in die fünf. Nein, in die sechs. Schade, der guckt über die Tür hinaus. Ne, Perfektionisten. Ich sage es ja immer wieder. Na, Parasauri auf der anderen Seite. Das Ding müsste tatsächlich einen Tick rein. Einen kleinen Tick weiter rein müsste der. Ich will das nicht alles wieder abbauen. Hallo, Para. Guckst du über die Kante? Ja. Ich meine, ich habe hier drin Platz genug. Einen Tick nach links. Und einen Tick weiter rein. Und dann kriege ich das Ding hier die Tür. Ich sage mal, wenn das jetzt im realen Maßstab wäre, gute 30, 40 Zentimeter nach links. Und gute 30 Zentimeter weiter rein. Überlegen, überlegen, überlegen. Aber hier liegt das Ding schon gut drin, ne? Mal schauen. Ja, ich würde sagen, ich mache mal kurz einen Cut. Die Natur fordert hier ein Tribut. Und dann werden wir den Weg hier pflastern. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir das unten nochmal perfektionieren. Wie gesagt, ich bin ja so ein Perfektionist. Ich mag das, wenn alles passt. Wenn es ineinander greift. Und sich dann wirklich, wie die Österreicher immer sagen, wenn sich das gut ausgeht. So, an dieser Stelle, ja, würde ich sagen, wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder mit rein. Ich freue mich auf euch. Bis denn.